Anotex bietet Ihnen nun ein in Excel integriertes Business Intelligence System, das alle relevanten Informationen zentral darstellt und so die strategische Planung und Unternehmenssteuerung unterstützt. Hierbei werden komplexe Informationen verdichtet und grafisch optimal dargestellt. Der Anotex Kanzleimonitor umfasst unzählige Daten, aus denen man mit wenigen Handgriffen relevante Informationen herausfiltern kann, ohne Unterstützung der IT-Abteilung oder externer Dienstleister. Die hochverdichteten Kennzahlen unterstützen das Controlling und somit geschäftliche Entscheidungen. Über das bereits bestehende Excel-Add-in zur Buchhaltung lässt sich der Kanzleimonitor aufrufen. Nach dem Update stehen die neuen Auswertungen automatisch den berechtigten Benutzern direkt in Excel zur Verfügung. Nach dem Anhaken des neuen Punktes Kanzleimonitor erscheinen zwölf Buttons, welche zu den elf neuen verschiedenen Auswertungen und der manuellen Aktualisierung der Daten führen. Wenn das Kanzleimonitoring zum ersten Mal an einem Tag gestartet wird, erscheint folgendes Fenster. Durch diese Aktualisierung wird nicht nur der lokale Arbeitsplatz, sondern alle Arbeitsplätze auf den aktuellen Stand im Monitoring gesetzt. Die verschiedenen Auswertungen sind dabei immer nach dem gleichen Schema aufgebaut. Im Excel-Sheet sind die Daten durch verschiedene Grafiken und Tabellen dargestellt und diese lassen sich über dieses Panel nach unterschiedlichen Kriterien weiter selektieren. In dem dargestellten Beispiel lassen sich die Daten also nach Jahr und Monat selektieren. Durch das Anhaken der Monate oder Jahre ändern sich die Daten ohne neues Aufbauen der Seite. So lassen sich in kürzester Zeit verschiedene Auswertungen unter verschiedenen Filtern darstellen. Der Vergleich von Mandanten, Rechtsanwälten oder Zeiträumen lässt sich also blitzschnell mit einem einzigen Mausklick erzielen. Egal ob Sie einen Überblick über Gewinn- und Verlustrechnung, eine Auswertung der wichtigsten Mandate oder eine kumulierte Ansicht von abgerechneten oder nicht abgerechneten Stunden sehen wollen, Der Anotex-Kanzleimonitor liefert Ihnen diese Auswertungen in grafischer und somit schnell erfassbarer Form. Kanzleien, die uns bei der Entwicklung dieses Werkzeuges geholfen haben, berichten davon, dass die manuelle Umwandlung der bisherigen Excel-Tabellen in solche Auswertungen je nach Anspruch ein bis drei Tage dauern würde. Sie erkennen also nicht nur die optischen Vorteile, sondern auch die reine Zeitersparnis beim Einsatz des Anotex-Kanzleimonitors. Sie erhalten dieses Werkzeug zusammen mit der Anotex-Version Dezember 2018 als Demo-Version, die für 40 Tage frei zugänglich ist. Voraussetzung für den Einsatz des Anotex-Kanzleimonitors ist der Microsoft SQL Server 2008 und Microsoft Excel ab der Version 2010, sowie die entsprechenden Berechtigungen im Anotex-Berechtigungsmanagement.